Guten Morgen an den Chat, guten Morgen an den YouTube-Chat, guten Morgen an den Twitch-Chat. Hallo, schön, dass ihr da seid. Freut mich an euch, an alle, die es im VOD anschauen. Euch wünsche ich natürlich auch einen guten Tageszeit, guten Spätnachmittag, guten schönen, guten frühen Spätnachmittag einfach mal. Ich glaube, der Spätnachmittag ist gerade angebrochen bei euch. Und ich glaube, es ist halt ein später Vorvormittag, je nachdem. Kommt drauf an, wenn ihr das Video schaut, ist immer so ein bisschen variabel. Vielleicht können wir da so ein paar verschiedene Versionen machen. Und dann sage ich das. Ja, mitten im Frühstück gerade, Freunde, ihr seid viel zu früh. Eigentlich wollte ich mir noch schön hier ein Frühstück machen. Ich habe mir überlegt, ob man nicht ein Apfelbrot machen könnte, ob man nicht eine Kombination machen könnte aus irgendeinem Brot und ein Apfel drauf. Weil normalerweise habe ich immer frühmorgens Apfel mit einem Schokoriegel gegessen. Und dann habe ich irgendwann mal erfahren, dass Schokoriegel gar nicht so gut sein sollen für die Gesundheit. Und seitdem dachte ich mir, vielleicht ersetze ich den Schokoriegel durch irgendwas anderes. Und alles, was mir eingefallen ist, war nur noch ungesünder. Und deswegen vielleicht ein Apfelbrot. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrung hat. Es gibt ja auch Äpfel auf so Flammkuchen und so und auf so Franzbrötchen und sowas in der Richtung. Kann man nicht einfach Äpfel auf ein normales Brot legen? Ich weiß es nicht genau. Ich muss da ein bisschen, ich muss da ein bisschen experimentieren. Währenddessen muss ich noch ein paar Sachen aufklären zum Thema Obst plus Brot. Geriebener Apfel schreibt Mato Cashewtree mit Obst und Brot. Geriebener Apfel gemischt mit geschnittener Banane mit gehäckselten Nüssen und gerödeltem Dill auf Brot. Das schmeckt echt wahnsinnig gut. Geriebener Apfel. Was heißt geriebener Apfel mit geschnittener Banane dann so gehobelt mit so einem Hobel-Hobel oder was? Ja, okay. Muss ich auch mal ausprobieren. Ich liebe es manchmal in diese Anarchie des Chats reinzuschauen. Weil was ja viele nicht wissen ist, es gibt ja zwei Chats. Das muss man immer mitdenken. Das vergesse ich auch oft. Es gibt ja den YouTube-Chat und es gibt den Twitch-Chat. Das heißt, es ist ja auch oft so, wenn Leute sagen, ja, der sagt irgendwas, aber im Chat stand das gar nicht. Dann muss man immer mitdenken, es gibt zwei Chats. Vielleicht stand es im anderen Chat. Aber das ist auch immer so verrückt, dass es so zwei verschiedene Welten gibt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Twitch-Leute ist so ein bisschen der Schulhof. Irgendwie da ist es so ein bisschen rauer. Da ist so ein bisschen diese raue, ungebremste Energie. Und bei YouTube stelle ich mir immer so eine Gentleman's Lounge vor, wo irgendwie so lange Zigaretten geraucht werden, irgendwie so ein schöner Cognac und so. Wo alles so ein bisschen gesitteter ist. Wohingegen irgendwie bei Twitch, da rennen die Leute auch rum. Ich habe da auch immer das Gefühl, die Leute tippen was in den Chat und rennen dann wieder rum. Und rennen dann irgendeinem Ball hinterher oder sowas. Also es ist mehr Energie im Twitch, aber mehr Stil im YouTube-Chat. Ist nur meine distanzierte Beobachtung. Jetzt wäre ich direkt hier rausgemobbt. Aber ja, beide sind natürlich gegrüßt. Und ja, wo ist eigentlich unser Instagram-Chat? Wo ist eigentlich, gibt es nicht noch einen dritten Chat? Nee, ne? Der ist auch raus. Der ist auch raus. Ich habe gehört, Colin macht bald den Barbecue-Soßen-Test. Ich weiß nicht, ob ich, ich muss mich da skeptisch dazu äußern, ehrlich gesagt. Ich bin immer großer Fan von Collins Essens-Reviews. Aber bei Barbecue-Soße muss ich da fast, ich werde vielleicht da fast ein Veto sprechen müssen. Weil ich finde, man kann Barbecue-Soße nicht einfach so bewerten. Man kann nicht einfach so Barbecue-Soße auf den Teller drücken und dann sagen, das schmeckt ja so und so. Weil Barbecue-Soße ist zum Grillen gedacht. Barbecue-Soße ist dazu gedacht, dass man damit was auf dem Grill macht. Also zum Beispiel dann irgendwie Spare Ribs, die man dann mit Barbecue-Soße einreibt und dann auf dem Grill behandelt. Deswegen heißt es ja Barbecue-Soße, weil die auf den Grill muss, direkt. Nicht nur nebenbei. Ich kann mir das wirklich, ich muss mir das mit einem Tränen in den Auge anschauen. Weil das ist so ein bisschen, wie wenn du Tiefkühlpizzen bewertest, ohne dass du sie in den Ofen tust. Sondern in die gefrorene Pizza reinbeißt. Dann sagst du, ja, die ist besser als die. Allerdings, ja, ist aber nicht ganz da. Aber gut, das soll Colin machen, wie er möchte. Ich hoffe, wir haben da so ein paar feinzüngige Leute im Chat, die denen darauf auch hinweisen. Weil ich glaube, was da als definitives Ergebnis rauskommt, kann ich nicht akzeptieren. Ansonsten ordne ich mich immer Collins Meinung unter. Er ist ja der Meister. Aber da, hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fliegende Windkraftanlagen sollen die Region vordringen, in denen immer starke Winde wehne. Fliegende Windräder. Ist das für dich ein Thema? Fliegende Windräder. Kannst du mir kurz erklären, wie das denn aussehen würde? Also ein Windrad ist ja klassisch, ne? Also wir haben ja ... Also wir haben ja hier so ein Windrad, ja? So, da kommt Wind, angeblasen, dann dreht sich das so. Und dann sagt man, ja, hier, wie du es gerade so schön gesagt hast, kommt Energie. Mhm. Problem ist aber, hier ist jemand, der mag das nicht, der will das weg. Ja. Weil es ist zu groß. Ja. Und jetzt macht man es klassisch. Man schneidet einfach hier ab und sagt, den Teil hier brauchen wir gar nicht. Sondern das Ganze fliegt einfach direkt in der Luft, sodass der Wind direkt aufgenommen wird. Mhm. Und dann brauchst du halt nur noch dann so kleine Batterien, die halt dann hier so runtergeworfen werden. Und dann brauchst du hier so Mitarbeiter vom Kraftwerk, die müssen die auffangen. Der mit so einer Schüssel, wie der Apfel, das ist der moderne Apfelfänger. Ja, genau. Okay. Wie so ein Sieb, wo man dann so die Batterien auffängt, die dann so runterfallen. Und dann kann man sie ins Kraftwerk tragen und dann verheizen. Boah, da brauchst du wirklich. Ganz kurz, ich will mal ganz kurz eine sagen. Können wir hier mal die Miami zeigen? Diese bunten Streifen so. Das ist der größte Betrug aller Zeiten. Ich möchte mir ganz kurz hier enthüllen, ja, die Haribo, die Haribo-Lüge. Ja. Weil, die gibt es nämlich in so Packungen als kurze Streifen. Miami heißen die. Ja. Ja. Und das Geile ist, dass man da die einzelnen Farben nochmal abtrennen kann. Ja, das sind so vier Streifen, fünf Streifen zusammengeklebt. Und dann kannst du die einzelnen abmachen. So richtig einzeln wegsnacken. Und dann habe ich mir die schöne große Box geholt bei Amazon. Ja. Stellt sich raus, in der langen Fassung ist es einfach ein Teppich gefärbt. Das sind nicht verschiedene, die man abziehen kann. Das ist ja wohl da. Und du willst ja, du willst, wenn du was meinst, du willst dich matschen, du willst einzeln. Nein, ich will die abknibbeln und dann versuche ich einen Knoten zu machen aus den Kurzen. Und dann gebe ich mir die schön rein. Also an alle da draußen, an alle Miami-Fans. Kauft keine 10-Kilo-Box. Kauft nicht die 10-Kilo-Box, falt nicht auf diesen Schwindel rein. Ja. Ich bin richtig gut gelaunt. Wisst ihr warum? Weil ich habe ein großes Problem gelöst, das seit jeher in meinem Leben war. Und warum? Durch euch. Ihr habt mir geholfen, der Chat, die Community. Ja, die große Rocket Beans TV Kosmos. Die Rocket Beans TV Bazillen. Die sich überall dran haften. Man hält irgendwie, im Bus hält man die Stange. Und man denkt sich, vielleicht war da schon Rocket Beans Fan dran. Und es springt über und es springt weiter. Und wir sind überall, es ist die ganze Welt überall. Und von allen Seiten kommen Ratschläge. Und es ist großartig. Ich hatte ja das große Problem mit meinem Schloss, dass ich fast nicht mehr in meine Wohnung reingekommen bin. Es grenzte wirklich an Absurdität. Mein Schloss war so kaputt und verrostet. Ich musste jedes Mal halb in meine Wohnung einbrechen. Und ich habe eh schon kein gutes Verhältnis zu meinen Nachbarn. Da bin ich hundertprozentig ehrlich. Weil meine Nachbarn sind wirklich komplett gestört. Also wirklich komplett durch. Ich kann oft Storys nicht erzählen, weil sie mir niemand glauben würde. Aber nur mal um so eine kleine Vignette zu zeigen. Ein kleiner Einblick in das Leben meiner Nachbarn. Vielleicht erschließt man sich ja dadurch schon mal was. Dass man sagt, ah, okay, das sind die Bedingungen, unter denen die leben. Da sind ein Haufen Kinder. So, Kind kommt von der Schule nach Hause. Steht vor der Tür. Ja, Kind ist zu schwach, um durch die Tür durchzubrechen. Ja, Brechstange muss es ja in der Schule abgeben. Also kommt es nicht durch die Tür rein. Was macht so ein Kind, wenn es durch die Tür rein will? Ja, es kann sich nicht unter der Tür durchzwängen. Dafür ist es schon zu groß. Es kann nicht über die Tür drüber steigen. Dafür ist es zu klein. Also was macht es? Natürlich, klar, die elektrische Türklingel wird betätigt. So, was die Kinder meines Nachbarns machen. Die drücken die Klingel. So lange, bis die Tür aufgeht. Die kommen nach Hause und machen... Bis die Tür aufgeht. Wie kann man in dieser Wohnung leben und nicht eines Morgens die Tür aufmachen und sagen, hast du eigentlich einen kompletten Schaden? Äh, reicht, ja? Äh, äh, klar, man macht mal so äh, 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 von mir aus. Ja, ist alles drin, ist alles möglich, ja? Aber wie kann man das seinem Kind durchgehen lassen, dass man so lange klingelt, bis die Tür aufgeht? Und jeden Tag, und ich sitze einfach nur und denke mir, was ist das denn für ein Leben? Also wenn das schon so, wenn das als völlig normal erachtet wird, wie geht es denn dann weiter? Wie geht es dann weiter? Also, ich meine, klar, natürlich ist es motivierend für den anderen, die Tür aufzumachen, weil man einfach den Verstand verliert nach 10 Sekunden durchgehendem Ton. Aber ich, ich, also ich find's unfassbar. Und die haben, die sind einfach komplett bescheuert. Also wirklich, da geht gar nichts mehr. Und, ähm, es ist furchtbar. Und ich hab auch ein schlechtes Verhältnis zu denen, weil bei denen steht auch oft einfach die Tür offen. So, jetzt, ich weiß warum wahrscheinlich, damit die nicht ständig klingeln. Und dann kommst du nach Hause, dann steht die Tür offen. Und wir sind direkt gegenüber, so. Und dann ist halt der ganze Flur, und dann machst du da auf und denkst so, wurden die jetzt gerade entführt? Muss ich da jetzt die Polizei rufen? Niemand da, Tür offen. Was macht man? Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Und das war auch schon oft die Situation, dass die dann irgendwie da standen und, äh, und ich komm nach Hause mit meinem Schlüssel und dann, äh, äh, äh. Äh, 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 okay, gut. Und Tür, schöne Namen noch, dann, äh, äh, furchtbar. Es ist wirklich furchtbare Situation. Schrecklich. Und dann habe ich das hier mal erzählt, und ich glaube im Podcast oder irgendwo, habe ich erzählt, mein Schloss hat keinen Bock mehr, geht hinüber irgendwie, ich kriege es nicht mehr auf. Und dann dachte ich ja direkt an Öl. Man denkt ja immer direkt an Öl, wenn man irgendwie so ein Problem hat, denkt man direkt an Öl. Aber dann hat jemand gesagt, auf gar keinen Fall Öl nehmen, nimm Grafit, ja, so Grafitstaub. Und dann dachte ich mir, was kann Staub? Was kann Staub? Was kann Staub? Fast nichts. Nichts. Staub kann fast nichts. Ich dachte mir, okay, Staub, du hast bei mir schon mal einen schlechten Stand, überzeugt mich, ja, hau mal was raus. Show me what you got. Und dann habe ich mir dieses Grafit bestellt, nach Hamburg, ja, musste es eher wieder zurückbringen, durch ein ICE-Schmuggeln, durch die ICE-Kontrolle hatte ich mein Grafit. Und das ist ja schon abgefahren, weil das ist so, das ist halt so Metallstaub, so ein bisschen weird. Und dann hatte ich das auch erst in den Händen, und dann habe ich es nicht wirklich abbekommen. Und das war eh erst mal nervig. Nervig. Aber dann dachte ich mir, habe ich so ein bisschen auf dem Schlüssel dieses Grafit drauf getan, ins Schlüsselloch gesteckt, und oh mein Gott. Wow. Also, wirklich, ich konnte es nicht fassen. So butterweich und sanft und zart ist noch nie irgendwas rotiert in der ganzen Welt. Wirklich. Ich habe das Gefühl, es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist besser als alles, was ich je erlebt habe. Es ist wirklich die beste Reparatur, die ich je erlebt habe. Und es ist so, nach der Reparatur ist das Schloss besser, als es davor je war. Es ist so butterweich. Man hat das Gefühl, jemand zieht in die Richtung. Es ist so, als würde ich, als wäre es eine negative Reibung. Als würde ich durch meine Bewegung noch mehr Energie kriegen. Teilweise denke ich mir so, ich mache langsam zu und zack, weil es so sanft ist. Also wirklich, wenn ihr mir nicht glaubt, wirklich, bestellt Grafit, haut was raus und macht alle Schlöster, alle Schubladen. Es ist sanft, ihr fliegt durch die Gegend. Ich dachte mir, wow, ich habe nochmal mein gesamtes Verständnis von Technik überdacht. Weil ich dachte mir, wenn generell Maschinen so sanft laufen, dann verstehe ich viel mehr. Früher dachte ich mir immer so ein Flugzeug, mein Gott, mit diesen Turbinen da. so und dann müssen die so viel Luft saugen und so. Aber wenn das alles ganz sanft läuft, so fast ohne Reibung, dann saugt das das rein. Ich habe nochmal komplett viel mehr verstanden. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich krass. Und mir hat auch jemand geschrieben, wenn man kein Grafit hat und er keinen Bock hat, sich das zu bestellen, einfach den Schlüssel mit Bleistift anmalen. Und er denkt, du bist so bescheuert. Nein, vielleicht klappt das wirklich. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber es ist ja auch, ich glaube, das ist ja auch einfach Grafit oder irgendwas. Keine Ahnung, Kohlenstoff oder irgendwie, was weiß ich. Es ist großartig. Malt einfach euren Schlüssel mit Bleistift an. Zack, probiert das aus. Großartig. Großartig. Wirklich, ich freue mich, jetzt nach Hause zu kommen. Manchmal denke ich mir, welche Ausrede könnte ich jetzt verwenden, um das Haus zu verlassen? Um nach Hause zu kommen? Schlüssel raus. Es gleitet, als würde jemand dran ziehen. Als hätte man diesen Karpfenschlauch, wo diese Karpfen befördert werden, die dann, du steckst den Karpfen auch rein und dann zerr weg. Und so ist der Schlüssel auch. Du führst es nur so langsam rein und zerr. Ach, herrlich, Leute. Wunderschön. Es ist wirklich, es ist wirklich großartig. Jetzt ist es natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt kaufen alle Grafit. Jetzt müssen wir natürlich in den Grafit-Aktienhandel einsteigen. Ist natürlich ganz klar. Wir brauchen erst mal Grafit-Aktien heute. Wann läuft das Moin Moin heute? Wann wird das ausgestrahlt? Jetzt live. Das ist live? Ja. Sorry. Oh shit. Es gibt Grafit24.de. Es gibt Grafit24.de. Ach so, Aktionen habe ich jetzt gemacht. Grafit-Aktien. Rohstoffwelt.de. Ah, okay, guck mal. Ah, das sind die Grafit-Aktien. Schade. Es kommt hauptsächlich aus Kanada. Und Australien. Anscheinend ist Kanada ein großer Grafit-Lieferant. Wir gehen einfach mal in die Global Lye Iron Graphite Corporation. Oh ne, das war es glaube ich falsch. Ähm, und schauen uns den Aktienkurs mal an. So, geht doch hoch. Oder? Ja, guck mal, geht doch hoch. Hier, Zeit, 10.15 Uhr, 8% gestiegen. 8%! Hä, was? Minus 10%? Holy, das ist aber ganz schön hart, oder? Normalerweise steigen Aktienkurse nicht so krass, oder? 8%? Also, einsteigen, Freunde, einsteigen. Meine Voraussage, Global Lye Iron Graphite Corporation in Kanada, ist eine Originalaktie, ja, also kein Bullshit, nicht hier irgendwie so diese auf so einem Löschpapier abgeschriebenen Aktien, die kennt man ja, geht man zum Trader, holt sich das Zeug und am Ende stellt sich raus, da sind irgendwie so Abziehbildchen, irgendwie wo hinten noch so ein bisschen Klebefläche drauf ist. Was ist das denn für ein Quatsch? Rohstoffe, Diamanten und Graphit. Das ist schon geil. Ich hab eine Firma, die stellt Diamanten und Graphit her. Das ist schon richtig cool. Guck mal, die steigen alle, Graphit steigen. Guck mal hier, die steigen. Die sind alle gut dabei. Naja, naja. Es ist sehr ausgeglichen. Es könnte fast nicht ausgeglichener sein. Man muss halt nur die guten Firmen hier holen. Die 15% steigen hier. Archer Exploration Limited. Ja, die ist auch gut dabei. Die holt auch Uran raus und Mangan. Schön Mangan. Ich hab keine Ahnung, ob es mit Mangan auch funktioniert hätte oder mit Uran. Ja, Uran hält sich so ein bisschen, ey Leute, wirklich kauft Grafit-Aktien ohne Ende. Ich sag's euch. Es ist doch nicht so schwer, Geld zu verdienen. Immer so, ah, ich hab kein Geld, ich kann mir das nicht leisten. Der Rocket Bean Supporters Club zieht mir den letzten Groschen aus der Tasche. Was soll ich machen? Kauft die richtigen Aktien, Leute. Kauft die Grafit-Aktien. Die Leute brauchen Schlösser. Ja, Schlösser wird's in tausend Jahren noch geben. Jeder hat so ein Metallkriegel, mit dem er dann irgendwie in die Tür reinkommen will. Durch was sollen Schlösser ersetzt werden? Gut. Klett. Okay. Dann kauft zur Not auch mal Klett. Kauft einfach beide Aktien. Kauft einfach, kauft einfach das, was ihr, was die Zukunft, und kauft einfach Aktien von der Firma und ihrem Konkurrenten und ihr könnt nur, nur gewinnen. Leute, es ist so leicht. Es ist so leicht. Haut mal was raus. Ich will ganz viele Bilder sehen von eurem Schlüssel, wie ihr mir den Bleistift einmalt und dann schön einsteckt. Hundertprozentig funktioniert das. Sag nicht, ich sag jemand aus der Rocket Beans Community und die würde niemals lügen. Ah, guckt euch das an, herrlich. Oh, da mit Bleistift schiebt er das rein ins Schloss. Da kennt er gar nichts. Und geht das, Jens? Ach, geil. Schön erstmal den, den, den Schlüssel bemalen. Das ist aber auch, das ist wirklich ein klassischer Handwerkerbleistift. Mein Freund Jens, ich glaube, der hat schon mal mit dem Bleistift gearbeitet. Das ist kein Künstlerbleistift. Das ist ein Bleistift, der, der zeigt dir an, wo einfach das Uran verlegt werden muss. Einfach mit so einem Bleistift wird ein Flugzeug gebaut. Da weißt du einfach, der sagt hier, zack, bohr da rein und dann wird er auch reingebohrt. Das ist ein schöner Bleistift. Das ist ein schöner Bleistift. Ich war nie ein Fan von Bleistiften, ehrlich gesagt. Immer schön Feinliner. Ich habe Schmerzen, schreibt Toto McGuy. Dann, dann gibt dir mal schön Grafit einfach ein. Wo hast du Schmerzen? Reib das, reib das Körperteil mit Grafit ein auf jeden Fall.